Moin Moin und willkommen zurück zur Kania. Wir wollen jetzt mit Jabo sprechen. Wo bist du vor der Tür gestanden? Mit dem war aber nichts zu spaßen. Wer? Wie sah er aus? Dreckige Stiefel hatte er. Ist einfach in meine Hütte und hat sich genommen, was er wollte. Für einen Kerl mit nur einem Auge konnte er ganz schön böse gucken. Er hat eine Augenklappe. Ja, ja, das hatte er. Hm. Der Mann mit der Augenklappe. Wo ist er hin? Der hat dumm geflucht, als ich ihm erzählt habe, dass es hier nicht weiter nach Norden geht. Wo ist er hin? Wieder nach Süden, die Bergflanke entlang. Wollte durch die Ruinen. Der ist jetzt tot. Wilde Bestien gibt's da drin. Ich befürchte nicht. Hier, ein Paket mit Gemüsesamen. Oh, gut, 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 gut. Ich hab Gold. Aber du musst warten, warten. Warten? Worauf? Ich schluck's immer runter wegen der Flüchtlinge. Es dauert nicht mehr lange. Dann hast du dein Gold. Nein, nein, verhals. Oh, bist du ein Wohltäter, wie? Für die hab ich was ganz Besonderes. Hier. Danke. Wo hast du das hier aufbewahrt? In, äh, halt, ich will's doch nicht wissen. Wie du willst, wie du willst. Äh, Kochrezept. Naja, immerhin. Was ist denn los? Ich hab mir letztens einen Wachhund zugelegt für mein Gemüse. Aber der ist nicht brav. Nein, brav ist der nicht. Ein Wachhund? Hier? Ja, ja. Hab ihn aus einer Höhle gelockt. Der lässt niemanden an meine Hütte ran. Auch mich nicht. Leider. Na schön. Schätze, ich kann den Hund für dich vertreiben. Ja, ich hol in der Zwischenzeit eine Belohnung. Wo ist denn dein Kräutergarten? Bei meiner Hütte. Nicht weit im Nordwesten von hier. Bin gleich wieder da. Egal, wie groß er auch sein mag, ein Hund ist für mich kein Problem. Hm, schauen wir mal, wie der Hund aussieht. Dann sprechen wir nochmal. Nordwesten. So, und zu den Ruinen müssen wir anscheinend so oder so. Das ist dann also gut, dass wir da dran vorbeigelaufen sind erstmal. Hier sind noch ein paar Pflänzchen. So, und dann schauen wir uns doch mal diesen Hund an. Irgendwie glaube ich nicht, dass das... Was ist denn das? Bitteschön. Okay, das gilt als besonders harter Gegner. Der ist durch Todesblitz nicht zu killen. Ah, Schattenläufer. Wer herrscht der? So, dann nehmen wir ihm hier mal seine anderen Kräuter weg. Der muss ja auch schließlich Platz haben, um sein neues Gemüse da überhaupt anzupflanzen. Was haben wir hier? Potenter Mana-Trank, danke. Schwarze Galle-Rezept. Feuer direkt in der Hütte. Ich weiß ja nicht. Aber der wird schon wissen, was er macht. Ich habe nicht was gehört. Klang nach einem Vogel. Das könnte aber natürlich auch nur ein Sinui-Geräusch gewesen sein. Ja, dieses Licht hier. Erkenne ich doch nichts mehr. Naja. So, ich hoffe, er hat die Belohnung sauber gemacht. Es regnet jetzt ja zumindest. Bist du auf der Durchreise, hm? Und? Hast du den Hund verprügelt? Von wegen Hund. Das verdammte Biest war ein Schattenläufer. Heißen die so? Ich kann also zu meiner Hütte zurück? Das Vieh ist tot. Ein Wunder, dass es dich nicht gefressen hat. Oh, ich schmecke nicht. Mich hat so eine große Echse mal ausgespuckt. Das glaube ich dir glatt. Meine Belohnung? Ja, natürlich hier. Hier. Ja, nochmal ein Rezept. Hast du noch Kräuter übrig? Ich gebe dir auch Gold. Gold? Na dann. So, das interessiert mich eigentlich weniger. Der hat auch eigentlich nichts, was mich irgendwie interessiert. Ja. Wohlbekommt's. Dann gehen wir hier jetzt erstmal wieder zurück. Zu der Hauptlichtung. Schauen wir mal, wo da eigentlich der Bergpfad hochgehen würde. Der ist weg. Von hier haben wir doch einen guten Überblick. Eigentlich wären nicht so viele Bäume im Weg. So. Wunderbar. Irgendeiner. Der ist noch ungelootet. Da hinten scheint es sowas wie eine kleine Hütte zu geben. Das ist mir irgendwie eine bauliche Maßnahme. Was machen diese ganzen Flüchtlinge hier? Okay, der scheint freundlich zu sein. Woher kommen diese setarifischen Flüchtlinge? Ted? Ted? Nein! Ted! Du lebst! Du lebst! Ted? Ich bin... Tot! Die Bestie hatte ich gefressen! Meine Schuld! Es ist meine Schuld! Mein Messer! In deinem Bein! Messer? Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken! Du willst dich rächen! Nicht wahr? Deshalb bist du aus Bilias Reich zurückgekehrt! Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl! Du oder ich! Du oder ich! Du oder ich! Du oder ich! Ja, ich verstehe doch, dass er äh, eine dass er durch ist. Amulette Wildnis, naja. Die Ecke sah fast besonders aus. Was ist das hier denn für ein Schrein? Oh, hier geht's abwärts. Das könnte der Weg weiter sein. Ja, das ist doch nur Hagen Spion. Okay. Okay. Weißt du, wir konnten jetzt mal kurz hier noch die Lichtung zu Ende, bevor wir da dann wirklich reingehen. und schön war das eine glatze durchsicht die fahr oder seine paar haare gehen wir erstmal außen lang und dann noch mal ein bisschen durch die mitte zurück damit wir hier auch ja kein gegner übersehen so da ist der weg durch da sind wir hergekommen das ding hatten wir so auch gesehen na und sogar ein vergessenes grab noch mitbekommen 20 stück jetzt sammelt sich ich frage mich ob der tarif jetzt belagert wird dass es deswegen so viele flüchtlinge gibt was haben wir dahin die sind weg ist hier noch irgendwas anderes nö ein polar er ist zum glücklich schnell und damit auch schnell tot ich habe noch 180 pfeile das kann doch gar nicht sein ich glaube hier kommen gleich krabbelfiecher noch mal raus ja oh thronen nehmen wir mit auch wenn da glaube ich nichts besonderes bei war vielleicht sollte ich gegen diese krabbel führer tatsächlich in meine zauber nehmen so ist hier vielleicht was hinter zum glück sind die schwerter hier ziemlich gute fackeln da ist mir jetzt einer so was haben wir denn hier noch nichts nichts das könnte sich ja irgendwo mal eine tolle statue verbergen ja kettenblitz das ist eigentlich das geheimnis bei den vier der kratzer gold ok was kann ich mit den dinger machen vielleicht fallen die nur unter beute also gar nichts nutzen außer das für gold zu verscherbeln drei stück leg dich nicht mit einem quasi halb magier an so und da sind jetzt feine sau weil die mich hier gesehen haben schön sehen ob die auf der anderen seite ankommen ich kann jetzt natürlich nicht speichern dann 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 Sonst gibt es hier aber nichts. Tatsächlich wird gerade im Moment mein Mana voll ausgelastet und es regeneriert ja mittlerweile schon wahrlich nicht langsam da sind ein paar mehr vorhanden Ach, jetzt weiß ich woran mich diese Viecher erinnert haben. Es sind quasi unbenannte Lurker. Ich musste sie erst mal erkennen für das, was sie wirklich sind. Tickelschwert, naja, nehme ich mit. So, was haben wir hier in der nächsten Höhle? Ah, ein Schattenbestie, super. Schattenläufer. Nur einer. Zum Glück. Freundlich sind die Dinger nämlich nicht. Zerkratzter goldener Kelch. Tja, da frage ich mich, ob man damit vielleicht doch nochmal irgendwas anstellen kann. So, hier scheint es rauszugehen. Sind wir doch schon so weit gekommen? Ah, und hier sind wir bei der Brücke. Sehr schön. Das Wetter ist natürlich wieder mies. Das ist der Tarif. Das ist der Tarif. Okay, der kleine Trupp hat es jetzt hinter sich. Man muss ja auch aufpassen, dass die Population nicht zu groß wird. Mist. Das ist der Tarif. Das ist der Tarif. Das ist der Tarif. So. Okay, auch sehr linear im Moment. Recht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir hier vorher da, so freier Konnotaten da, das hier. Dafür führt hier der Weg ja einfach nur schnurstracks geradeaus. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja. Ähm, ich konnte ihn nicht steuern. Ich bin da selbstständig nicht langgeschabbelt. Haha. Ja. Das war das Spiel selbst. Ganz ehrlich, ich habe keine Taste gedrückt. Außer einfach nur drauf zu springen. Und danach ist er gerutscht und gerutscht und gerutscht und gerutscht. Ich verstehe ja. Steine. Und Regen macht glitschige Steine. Aber so schlimm wie das. So, hier. Wassermagier. Ein Abenteurer. Genau was wir brauchen. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte. Ich vermute die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat. Das tun wir. Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat doch nichts zu befürchten. Einen Versuch haben wir gewagt, mit katastrophalem Ausgang. Meine Begleiter sind nur Lehrlinge. Sie haben mir ihre Kraft für das Ritual geliehen. Jetzt ist sie verbraucht. Was für ein Ritual hast du hier durchgeführt? Wir haben einen Sturm beschworen, der die Schiffe der Myrtana auf die Felsen geworfen hat. König Esorn hatte Recht. Robas Truppen haben versucht uns einzukesseln. König Esorn? Du bist also aus Setarif? Ich bin Hathorn der Zweite. Hofmagier des Königs. Wusstest du nicht, wen du vor dir hast? Nein, ich bin aus Feshir. Feshir? Ah, die Insel des Bastardprinzen. Die Insel des Bastardprinzen. Erfahren wir jetzt etwas über uns? Oder es war, wer war unser Konkurrent für die Dame, unsere Angebetete? Wie hast du meine Heimat genannt? Vielleicht er. Die Insel des Bastardprinzen. Nimm's dir nicht zu Herzen. Es ist eine alte Geschichte. Wer ist der Bastardprinz? Der erste König von Setarif hatte viele Söhne. Unter ihnen einen Bastard namens Melgan. Er war mit seinem Los nicht zufrieden und hat versucht, die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe haben ihn seine Brüder auf eine einsame Insel verbannt, wo er bis zu seinem Tod ein kerkliches Dasein gefristet hat. Da hat mir der Dorfältester aber eine andere Geschichte erzählt. Das wundert mich nicht. Melgans Nachfahren werden die Geschichte ganz anders überliefert haben als die Nachfahren seiner Brüder. Das ist ja normal. Jeder schreibt die Geschichte so, wie sie ihm gefällt. Wie steht es um Setarif? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sobald Robars Truppen von unserem Vorposten gesichtet wurden, hat mich mein König an die Südküste geschickt. Eine weise Entscheidung. Meinst du, Setarif wird Robars Heer trotzen können? Ja. Sehr überzeugt. Moment. Du bist für das Unwetter verantwortlich? Also sind diese Untoten... Myrtanische Ritter. Paladine und Soldaten. Ja. Ich schau mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen. Ja. Wir werden uns da schon umschauen. Können wir von hier welche sehen? Ja. Weiter runter will ich glaube ich nicht. Sonst falle ich wieder und glitsche in die Unendlichkeit. Schauen wir uns kurz mal um. Ah. Das sieht man nicht. Aber jetzt wissen wir, warum hier so viele kaputte Schiffe sind. So. Die... Um die toten Paladine kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Bis denn Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.